Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erfolgsguide in WoW Legion. Es geht heute um den Erfolg Küken der Kralle. Diesen findet ihr unter Quests Legion und dann Küken der Kralle. Sammelt in einem einzigen Durchgang von Avianas Herausforderung bei den Silvanerfällen 10 Smaragdkugeln. Und zwar begebt ihr euch dafür in den Hochberg, dort zum Flugpunkt die Silvanenfälle und außen noch ein Stück nach Westen zur Koordinate 32,65. Dort findet ihr dann Avianer, die wir ja schon aus Wall of the Plane kennen. Und diese gibt euch dann zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal, dass ihr die Herausforderung annehmt und einmal könnt ihr nachfragen, wie die Prüfung besteht. Ich will jetzt die Herausforderung annehmen. Ihr werdet nach oben geschleudert und dann gehen hier gleich solche Smaragdkugeln auf. Und diese müsst ihr jetzt im Fluge einsammeln und zwar insgesamt zehn Stück. Es gibt auch nur zehn Kugeln, das heißt, ihr müsst jede erwischen und ihr hört es dann auch, wenn ihr die Kugel erwischt habt, wird euch das dann halt durch dieses komische Knallen symbolisiert oder bekommt ihr es mitgeteilt. So, das ist jetzt mein dritter Versuch. Ich habe nämlich immer die erste verpasst. Ich hoffe, dass es jetzt hinhaut. So. Jetzt haben wir noch zwei. Noch eine. Jawohl. Und ihr seht, Küken der Kralle. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.